Also, ein russischer Agent will den russischen Präsidenten umbringen, richtig? Mhm. Okay. Haben Sie vielen Dank. Und welche Gegenleistung erwarten Sie für diese Information? Ich möchte Ihnen noch helfen zu tun, was Sie tun müssen. Sie sind gut. Aber ich bin jetzt offiziell nicht mehr im Dienst, also können Sie den Rest Ihrer kleinen Geschichte einem meiner Kollegen erzählen. Zolt. Ja. Der Name des russischen Agenten ist Zolt. Evelyn Zolt. Mein Name ist Evelyn Zolt. Dann sind Sie eine russische Spionin. Ich bin jetzt vor dem Fokus. Ich gehe aus dem Fokus. Oder was ich schMAzt Ihnen? Ich gehe aus. Ich gehe aus.